Hallo ihr Lieben, ich bin ja Aktmodell und seit längerer Zeit habe ich schon den Traum, mich im Schnee zu fotografieren. Und in Görlitz schneit es. Ja, da mache ich mich heute auf den Balkon und mache Aktfotos. Die Ergebnisse könnt ihr auf meiner Homepage sehen. Viel Spaß und bis dann. Auf den. Vielen Dank.